Wusstest du, dass ein Bankraub in den allermeisten Fällen gar kein Bankraub ist, sondern häufig was ganz anderes? Warum das so ist, das lernst du in diesem Video und ganz nebenbei kriegst du noch das wichtigste Problem im Strafrecht erklärt. Los geht's und viel Spaß! Wir starten mit einem Fall. T braucht Geld und deshalb geht er zur Bank um die Ecke und bedroht dort die Bankangestellte O. Wenn du mir nicht das Geld aus der Kasse gibst, werde ich dich windelweich schlagen. O denkt, oh nein, ich habe keine Möglichkeit, mich dem zu widersetzen. T würde sich das Geld auch ohne mich nehmen können. Und deshalb übergibt O dem T das Geld aus der Kasse, der daraufhin zufrieden abhaut. Wie hat sich T nach den Paragrafen 249 fortfolgende strafbar gemacht? Wir subsumieren jetzt mal ganz unsauber und auch nur ganz grob. Es riecht nach einem Raub. Der Täter wendet ein qualifiziertes Nötigungsmittel an und nimmt das Geld gegen den Willen des Opfers. Eigentlich erfüllt das die Tatbestandsmerkmale von 249. Aber es könnte zeitgleich auch eine räuberische Erpressung sein. Denn durch das qualifizierte Nötigungsmittel, also die Drohung, zwingt der Täter das Opfer dazu, das Geld zu übergeben. Das ist der Nötigungserfolg. Auf den ersten Blick sind beide Straftatbestände erfüllt. Und das wirft die Frage auf, in welchem Verhältnis steht der Raub zur räuberischen Erpressung? Und wie grenzt man die beiden Delikte voneinander ab? Die Antwort ist natürlich heftig umstritten. Denn die Rechtsprechung sagt, der Raub ist ein Spezialfall der räuberischen Erpressung. Deshalb ist jeder Raub zeitgleich auch eine räuberische Erpressung. Und deshalb spricht man hier davon, dass die beiden Delikte in einem Spezialitätsverhältnis zueinander stehen. Und um die beiden Dinger voneinander abzugrenzen, kommt es nach der Rechtsprechung auf das äußere Erscheinungsbild an. Wenn es von außen so aussieht wie ein Nehmen, dann haben wir eine Wegnahme, also einen Raub nach 2,49. Sieht es aber von außen so aus wie ein Geben, dann ist das eine räuberische Erpressung. Wie wäre das in unserem Beispiel vom Anfang? In dem Sachverhalt steht, das Opfer gibt dem Täter das Geld. Das ist also nach dem äußeren Erscheinungsbild ein Geben und damit eine räuberische Erpressung. Und deshalb ist ein Bankraub häufig gar kein Bankraub, sondern oft eine bankräuberische Erpressung. Und damit hast du wieder einen lustigen Funfact gelernt, mit dem du auf Partys nicht angeben kannst. Womit du aber angeben kannst, ist, dass du die Meinung der Literatur verstanden hast. Die ist nämlich ganz schön kompliziert. Die Literatur sagt, beide Delikte stehen in einem sogenannten Exklusivitätsverhältnis. Das bedeutet, die schließen sich gegenseitig aus. Und zwar aus folgendem Grund. Beim Raub geht es ja wie beim Diebstahl um die Wegnahme einer Sache. Raub und Diebstahl sind Fremdschädigungsdelikte. Jemand Fremdes nimmt dir eine Sache weg und schädigt dich. Anders ist das bei der räuberischen Erpressung. Da sagt die Literatur, die räuberische Erpressung ist so ähnlich wie der Betrug. Und deshalb brauchen wir, genau wie beim Betrug, eine Vermögensverfügung. Und weil wir eine Vermögensverfügung brauchen, ist die räuberische Erpressung, genau wie der Betrug, ein sogenanntes Selbstschädigungsdelikt. Das Opfer wird zum Beispiel bedroht und gibt dann das Geld weg. Und durch dieses Weggeben des Geldes schädigt sich das Opfer im Ergebnis selber. Und Fremdschädigung und Selbstschädigung, die schließen sich immer aus. Entweder wird das Opfer von jemand anderem geschädigt oder es schädigt sich selber. Beides gleichzeitig gibt es nicht. Und juristisch kannst du das begründen mit dem tatbestandsausschließenden Einverständnis. Die Wegnahme ist ja der Gewahrsamswechsel gegen oder ohne den Willen des Opfers. Wenn das Opfer aber eine Vermögensverfügung vornimmt, dann ist der Gewahrsamswechsel freiwillig und damit nicht mehr gegen den Willen des Opfers. Also liegt ein tatbestandsausschließendes Einverständnis vor und die Wegnahme scheidet aus. Du merkst dir, Wegnahme gleich unfreiwillig, Vermögensverfügung gleich freiwillig. Es kann also entweder nur eine Wegnahme oder nur eine Vermögensverfügung vorliegen, niemals aber beides gleichzeitig. Und deshalb stehen Raub und räuberische Erpressung nach Ansicht der Literatur in einem Exklusivitätsverhältnis. Genau wie zum Beispiel Diebstahl und Betrug. Schau dir gerne nochmal das Video zu dieser Abgrenzung an, dann verstehst du nämlich auch die Meinung der Literatur noch besser. Jetzt weißt du, in welchem Verhältnis die beiden Dinger nach Meinung der Literatur zueinander stehen. Als nächstes lernst du, welches Abgrenzungskriterium die Literatur einsetzt. Die Literatur grenzt ja danach ab, ob das Opfer freiwillig oder unfreiwillig handelt. Und deshalb ist das Abgrenzungskriterium die innere Willensrichtung des Opfers. Wenn das Opfer unfreiwillig handelt, dann liegt kein tatbestandsausschließendes Einverständnis vor, also erfolgt die Wegnahme gegen den Willen des Opfers und deshalb ist das ein Raub. Wenn das Opfer aber freiwillig den Gewahrsam überträgt, dann ist das ein tatbestandsausschließendes Einverständnis, also keine Wegnahme mehr, sondern eine Vermögensverfügung und damit eine räuberische Erpressung. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen verwirrt, denn dieses Wort freiwillig ist total seltsam und missverständlich. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, gib mir dein Geld, sonst schlage ich dich, dann gibst du dem zwar das Geld, aber ist das wirklich freiwillig? Was also meint die Literatur mit dem Wort freiwillig? Freiwillig bedeutet in diesem Kontext, dass das Opfer seine Mitwirkung für notwendig hält oder eine Handlungsalternative sieht und die Sache noch nicht als verloren ansieht. Mit Handlungsalternative ist hier gemeint, ich lasse mich zusammenschlagen, aber dafür kriegt der Täter wenigstens kein Gewahrsam an der Sache. Beispiel zu dieser Freiwilligkeit. Wenn die bedrohte Bankangestellte denkt, ohne mich, ohne mein Passwort, ohne mein Schlüssel, was auch immer, kann der Täter nicht an das Geld kommen. Dann denkt das Opfer, meine Mitwirkung ist notwendig, also freiwilliges Handeln und deshalb eine Vermögensverfügung. Man spricht hier auch davon, dass das Opfer davon ausgeht, dass ihm eine Schlüsselrolle oder Schlüsselposition zukommt. Und immer wenn das Opfer von so einer Schlüsselposition ausgeht, dann ist es nur räuberische Erpressung. Wie würde die Literatur das in unserem Beispiel vom Anfang subsumieren? Da steht im Sachverhalt relativ eindeutig drin, was das Opfer denkt. Das wird in der Klausur wahrscheinlich nicht der Fall sein. Hier steht, O denkt, die Sache ist verloren, ich habe keine Handlungsalternative, der Täter ist nicht auf meine Mitwirkung angewiesen. Also ist das unfreiwillig und deshalb ein Raub. In dem Einleitungsfall würde also die Rechtsprechung sagen räuberische Erpressung und die Literatur würde sagen Raub. Welche Argumente du dann in dem Streitentscheid nennen kannst, lernst du im nächsten Video und im übernächsten Video lernst du dann, wie du das Ganze am geschicktesten in deiner Klausur aufbaust. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, dass das über mehrere Videos verteilt ist, aber dadurch kannst du es am besten lernen. Fürs erste Video sind wir jetzt durch und können zusammenfassen. In diesem Video hast du gelernt, wie man Raub und räuberische Erpressung voneinander abgrenzt. Die Rechtsprechung sagt, der Raub ist ein Spezialfall der räuberischen Erpressung und die Abgrenzung erfolgt nach dem äußeren Erscheinungsbild. Wenn ein Nehmen vorliegt, dann ist das ein Raub und wenn ein Geben vorliegt, dann ist das eine räuberische Erpressung. Die Literatur sagt, beide Delikte stehen in einem Exklusivitätsverhältnis und die Abgrenzung erfolgt nach der inneren Willensrichtung des Opfers. Wenn das Opfer denkt, oh nein, die Sache ist verloren, der Täter ist nicht auf meine Mitwirkung angewiesen, ich habe keine Schlüsselposition, dann ist es ein Raub. Denkt das Opfer aber, ohne mich geht hier gar nichts, dann ist es eine räuberische Erpressung. Lad dir jetzt die Übersicht runter und schau dir auf jeden Fall noch die nächsten beiden Videos an. Wir sehen uns dort, bis dahin, auf Wiedersehen.